Der Botschafter ist in dem silbernen Kabeljagd. Er sitzt auf dem Beifahrersitz. Ich werde mich nicht an irgendwelchen Mordplänen beteiligen. Wer hat denn was von Mord gesagt? Hast du irgendwas Neues über meinen Vater gehört? Ich nehme an, dass Aquino Ribeiro in ein paar Wochen über die Grenze kommt. Er hat deinen Vater vor ungefähr einem halben Jahr gesehen. Wir haben nicht die geringste Wahl. Ich habe das Gefühl, sie sind tiefer in diese Sache verwickelt, als sie zugeben wollen. Ganz Südamerika ist unser Land. Wo stehst du, Eduardo? Seien Sie cool. Ich bin diese Strecke schon über 100 Mal gefahren. Ja, wir haben hier unsere Bräuche gegen Jäger in dieser Gegend. Halten Sie Ihren Kopf unten und versuchen Sie nicht erschossen zu werden. Ist wirklich alles in Ordnung? Wenn man nach verlorener Liebe sucht, weiß man nie, was man findet. Cherry 2000 Er hat im Gesicht eine schlimme Narbe. Eigentlich müsste er jedem aufhören. Du machst denn die Sache zu leicht? So, mach ich mir! Es war eine sinnlose Tat. Kennst du den Mann persönlich? Ja, und du übrigens auch. Das hatten Sie plastische Operation? Ja, ganz recht. Er weiß, wer der Täter ist. Ich habe gerade einen Polizisten getötet und brauche dringend deine Hilfe. Wenn Sie sich an die Medien wenden, werde ich Sie fertig machen. Dann müssen Sie wieder eine Uniform anziehen und Pisspenner in den Slums aufscheuchen. Zwei Tage. So viel Zeit haben Sie, um mich zu unterstützen. Danke, hinzü Today. Ich habe mich schon seit Jahren. So. Zwei Tage kann er sich tob險 stehen.